Servus Gäste, willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore, ja, wir haben letzte Folge den Blaze Spawn hier entdeckt, der aber von Lava umgeben ist. Und daher werden wir sehr schwer daran kommen, weil wenn ich den Kies hier jetzt abbauen werde, würden Lava in den Raum strömen. Ich bin auch noch da. Ja. Und ich baue hier gerade das ganze Dings ab, damit ich Blöcke ab. Wenn die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt noch mal nah anschauen, weil das war so richtig spannend. Ich bin mehrfach fast gestorben. Ja, also dass der Leon noch lebt, das ist Kammer. Und ich muss bis, kann man noch bis halb Lava. Ja, also. Dann muss ich gehen. Ja. Und dann komme ich später wieder. Boah, ich krieg das nicht hin. In dem Brechenkrieg. Ich hab 40 Blöcke. Kann ich hier abbauen ohne Probleme? Oh Gott. Hier ist es rumgeschießen, das nervt so richtig, weil man einfach denkt, okay, jetzt trifft er mich, weil das so laut ist. Aber dann wiederum trifft er dich eigentlich nicht, weil er ist irgendwo ganz woanders. Und das nervt so richtig. Das haben wir nicht selbst gebaut. Also wir haben einen kleinen 1x1 Weg. Ja, das ist nice. Er ist auch gestern mit Lava zu kümmern. Nicht gestern, sondern egal. Das ist eh egal. Wo ist er mit Lava? Wo du Neterstein siehst, ist Dings. Okay, ich habe jetzt ein 3x3 Weg gemacht. Der Gast ist über uns. Lollian, wenn du für die Komma hier zu mir und schon mal durch das Fenster dort hinten. Das ist das Monster Party. Das Party. Da werden wir sterben. Ein Skilett, zwei Lohn. Wahrscheinlich kommt das noch mehr. Ich habe noch einen. 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 Einen nur. Ja, wir haben noch nicht mehr gemacht. Wir haben noch nicht genug Gold gesammelt. Weil wir mehr Eisen brauchen. Oh Gott, Leo, pass auf. Da brennt alles. Hier, warte ich hier. Nimm das. Nimm die zwei Wasser einmal. Ich nehme nur einen zu mir, weil du hast ja das Ganze. Hast du den Kolben? Du, Bomber mit einer Steinspitze, da den Block ab. Den hier? Ja. Okay, Low. Wir haben wieder geschossen. Sie schießen nicht. Jetzt den Block hier. Welchen? In der Mitte? Ich gehe hier hin. Ja, schieß. Jetzt den letzten. Jetzt haben wir uns aber getriggert. Okay. Wie machen wir das? Wir haben 3x3, der aber nur 3 Blöcke lang ist. Die Lava gibt mindestens noch 3 Blöcke weiter. Scheiße, ich habe dir anvisiert. Was? Ich habe dir anvisiert. Hast du noch Pfeile? Ich habe keine. 7. Gib mir mal 3 Stück. Das müsste für eine Blaze reichen. Wieso eine? Das sind 3 Stück oder so. Das sind 5. Das den Spanner doch umrandet, oder nicht? Meintest du, da wäre irgendwie ein Spanner? Oh shit, oh shit. Oh, wie die schießen. Hier bin ich eigentlich safe, ne? Ich könnte einfach... Leute, wir können ja einfach ein bisschen... Smalltalk, also wir können mal ein paar Fragen beantworten. Okay, ich glaube, ich werde in Zeppel essen und reinrennen. Sicher? Weiß nicht, ich habe noch eine Enderperle. Pukuki! Was, ich glaube, wir gehen da taktisch ran. Wir wollen eigentlich nur die Nennerwads. Das ist der einzige Grund, wieso ich hier bin. Pass auf, die sehen dich dort. Und das Lava unter dir. Oder sind die uns? Warte. Nee, die ist... Oder? Pass auf, die anderen sehen dich aber. Ich baue den Wegzug hier. Ich baue einen Boden. Ich baue einen Boden. Ich habe genug Blocke, denke ich. Okay, der Zaun ist weg. Die können uns nicht mehr treffen. Ich glaube, die sehen mich, oder? Ich muss die Lava wegbekommen. Hallo! Hat sie mich jetzt gesehen? Jetzt hat er mich gesehen. Ich bin doch bescheuert, ne? Okay, die Lava ist weg, Mike. Okay, ich sterben. Hab ihn, hab einen, hab einen. Da liegt ein Lohn. Ich helfen. Oh mein Gott, die machen eineinhalb Herzensschaden mit dem... einem Schlag. Ich meine, die Blaze Rod. Jona. Ist da noch... Sind da noch welche? Oh, Schäfer. Ich würde sagen, wir würden den Spawner erstmal, ähm, um... Rüstung. Wir können ja gar nicht... Ja, ne, 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 pass auf, pass auf, nein! Pass auf, Lern! Oh mein gosh! Ja, hier, wir tauschen. Hier, nimm, nimm einfach. Aber was ist den falschen Boots? Hier, nimm die Boots. Ja, danke. Okay. Sei Schutzboots oder Federfallboots. Sei mir alle deine. Jetzt geht's um alles. Ich hab nur noch drei. Hier, meine letzten Pfeile. Wir waren nicht so unorganisiert, Alter. Mike, geh nicht auf die andere Seite. Ja. Ist jetzt ein Jeppel? Sicher? Ich geh auf den einen drauf. Ich triggere ihn. Ich triggere ihn. Scheiße, er sieht mich mal. Hab den Spawner? Hast du? Hast du? Bau ihn ab. Ist mir jetzt scheißig. Bau ihn einfach ab. Iolo. Ich geh auf den anderen. Oh, warte. Pass auf. Das wirst du nicht überleben. Fang, Sprinner! Oh Gott, Leute. Okay, ich hab nur kurz gebrannt. Ich hab fast alles. Fliegen nur noch zwei. Ich kann den einen bei mir nicht erreichen. Vielleicht finde ich übereinander. Du musst ganz schön ausweichen. Ich bin hier gefasst. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. Brauche ich einfach rein, wenn nicht mehr geht. Geil. Ich komme. Ich komme. Die, die dich gehalten hat, habe ich. Es sind auch noch welche. Ich hab jetzt Spawnerbeck. Der Jeppel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte eben zwei Herzen. Pass auf, das ist ja noch. Die Absorption-Herzen. Wäre ich down. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben keine Pfeile mehr. Wir müssen zurückgehen. Ich speichere die Cordis. Nein. Oh Gott, nein. Leute, wir brauchen nur noch die. Oh nein. Müssen wir ein bisschen abbrechen. Ellenzaft. Ja. Bitte nicht. Okay, Leute. Sollen wir den Weg cutten? Ich guck mal kurz was nach. Der Gast, ne? Der war so riesengroß gerade. Guck eben raus, ob da alles... Scheiße, der sieht mich. Sieht der mich? Ich hab den letzten... Ich hab den letzten Lonsparner abgebaut. Ich hab den letzten Lonsparner abgebaut. Pass auf, pass auf, Leon. Leon. Sollen wir den Weg cutten? Warte. Vielleicht können wir es auch noch ohne Pfeile schaffen. Sicher. Ich hab einen auf... Ich bin ja so blöd und dachte so... Ja, äh, Digga. Federn brauche ich nicht. Tja, da hast du... Da hat man es. Da hat man es für mich alles. Der Gast schießt. Der Gast schießt auf mich. Alles safe. Alles safe für dich. Alles safe für dich. Komm her, Gast. Oh Gott. Da ist er ja! Der ist er! Oh Gott. Ich bin da. Wegen der Lohre. Wegen der Lohre. Alles gut, ich werde nicht lange brennen. Ich hab auf Gott. Ich muss näher zu... Ich muss weiter von ihm weg. Leon! Nee, die dreckigen Lohnregen. Nein, nein. Leon, komm her. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht sterben. Du bleibst schön dort. Gut, nee, Leute. Wir würden mal sagen, wir campen jetzt hier ein bisschen. Und da ist eine Lohre gespawnt. Aber die sieht mich noch. Oh, sieht die mich? Jetzt habt ihr mich gesehen. Ich geh doch hier von dem Gas getroffen. Ich wurde von dem Gas getroffen. Pass auf, Leon, nicht hier rüber. Wir gehen zu mir. Lassen, lassen. Lassen, Lohre. Lassen, Lohre. So, Leute, ich würde sagen, wir chillen mal ein bisschen. Komm, ein bisschen runter. Auch wenn wir gerade in Todesgefahr sind, ja. Ein kleinsmortem Grunde und zwar. Wie geht's euch so? Ey, dieser Gas f*** mich ab. Wie geht's euch so, Leute? Habt ihr, habt ihr gut gefrühstückt? Ist alles gut bei euch so? Wir müssen die Leute beruhigen, wir schaffen, Leon. Mit das Skelett! Mit das Skelett! Nein! Nicht sterben, Leon, wenn du stirbst. Jetzt brenne ich auch noch. Bau dich ein und irgendwas. Was für Blöcke, oder? Ich bin safe. Fuck. Leon, du darfst gar kein verschärmt. Kein Risiko. Null. Ich hab doch mit das Skelett alles safe. Ich baue hier trotzdem mal zu, weil ich hab Angst, dass er irgendwas spawnen kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dann bei dir. Ja. Pass auf, da schießt sich jemand ab. Leute, die Folge ist schon zur Hälfte, oder was? Ich bin fast tot. Wir sind hier gefangen. Ich hatte eben ein Witter bis zu einem halben Herzen. Leute. Soll einer von uns eben zurückgehen? Ja, wir gehen mir beide, weil wenn einer nicht überlebt, dann sind wir gearscht. Zu zweit hat man ja mal eine bessere Chance. Ich hab ihn über einen Facken gesetzt. Ich will noch eine Tour hier finden. Hier oben ist noch ein Dungeon. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße! Von irgendwo schießt du das? Ich hab ne Tour! Ein Sattel und Pferderüstung und Gold. Ja, nice! Setzt sich noch ein Unterskelett? Soll ich drauf? Nein! Ein Skelett mit nem OP-Bogen! Scheiße, das ist ein Gas! Sieht ihr mich? Leon, wir kommen nie wieder raus. Wir sind gefangen. Wir haben gedärrt. Wieso brenne ich? Ja. Nicht sterben! Die lohnen dahinten, eigentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Nein, nein, nein! Nein, Leon! Alter! Leute, ich weiß! Oh Gott! Leute, ich weiß, ich kann grad gar nicht unternehmen für Leon. Bitte einfach nicht sterben,óm. Ich sag's hier so oft, aber einfach nicht sterben. Ich würd sagen... Was soll ich denn sagen? dann gehen wir sagen aber wie kommen wir hier raus ohne getroffen zu werden ohne zu sterben richtig erstmal erst mal bis zu zehn herzen so wie ich bin ich bin zehn wohl hier geht's raus die sind von wo sind wir gekommen dort hinten das ist falsch ich bin in der richtigen ich bin in der richtigen richtung okay sagen leon geht zum sport nicht bleibt hier okay nein dann musst du auch nachkommen jetzt kommt schnell sonst sterbe ich die warte ich komme hoch wo ich hab die lohn gerade auf mich ich hab die lohn gerade auf mich frage ich bin da wo lang wo willst du lang einfach hier runter jumpen einfach hier runter jumpen nein 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 das ist falsch nein ist unser weg ist unser weg okay ja hab einfach noch sechs herzen von uns der gast dort ist der gast also wir werden safe hast du nicht direkt mit mani zurück ich gebe dir alles was ich habe einfach noch mal ich will nichts scheiße ein hat uns verfolgt aber er sieht uns nicht mehr scheiße der gast hat uns noch nicht gesehen aber gleich pass auf pass auf ich bin oben nein nicht noch nicht gehen bleib unten ich gebe zu rettungsaktion oh gott leute schalten auch beim nächsten mal wieder ein nicht dass du vergisst erinnerst nein der gast ist weg der gast ist weg du kannst du kannst du kannst kannst kann mapskühlt springen und rennen und springen hier ist unser pass auf ich bin wohl entdeckt schickst du mir in die aufnahme dann kann ich den weg zurück verfolgen nein ich weiß doch wir haben doch über fackeln gesetzt wo gehe ich den quali ja wir sind auch einige male runtergegangen der erfolg einfach den fackeln ja ich folge kommst du mit mir ob solange ich nicht in lava falle komme ich ja ich habe nur noch 32 essen jetzt jetzt sterben das ist so leben da unten da unten sind die kinder ich hätte wirklich gedacht wir sterben jetzt noch ich habe ich ja auch gedacht ich habe gedacht so hey wie oft sagt es noch ein herz und so ich dachte jetzt muss es sein zum glück nicht lehren da ist keine fackeln ich würde sagen da ist ein fackeln wo ist ein fackeln hier hier sind fackeln vielleicht gehen wir jetzt einen umweg aber ich will den gast es ist ein auf uns was was auf dich ja auf mich auf mich kommt so hoch und so schaffst du das leute wir machen rettungs wir gehen zurück und dann ist das unsere treppe nach oben gewesen ja das hat ja habe ich gebaut das heißt wir sind nicht mehr zu weit von zu von dem her weg ok dort hinten geht es weiter da ist ein baby aber den ignorieren noch mal ein wenig level mitbringen die bischen einfach in dem spiel noch stärker und unnötiger ich dachte der greift mich an die kommen immer so auf 1 zu die wollen schuscheln wenn du die heißen packen punch gibt es nur dann wenn die agro war das gefällt natürlich nicht aber auch zu stöhnen du blödes gast ich habe ich jetzt echt gedrückt schon sagen sollen wir müssen einfach weil sie brauchen müssen auch wieder essen fahren oder list ich habe nur noch zwei ich habe nur noch fünf muss mir gleich noch geben also wird zwei ich habe echt gedacht das würden wir uns schaffen aber nein wir haben in dann schon über die hälfte gemacht wir haben das geld kopf hier müssen wir augen wo aufhängen bei uns zu hause weil die können ja da nicht die sport von mir gekommen aber hier ist es weiß wo wir sind jetzt ja ja aber wir müssen irgendwo noch eine treppe bauen ja ich weiß dass es ein bisschen langweilig dass wir backtracking machen und dann wieder nur die hintrücken wollen wenn wir dann wenig fahren wieder wir werden jetzt noch die folge wenn wir noch gesagt haben formen nur bis halb kann ich nur noch also so neun minuten aufnehmen denke ich klar ich weiß die folgen jetzt sind so sehr strange und so ganz komisch ich weiß hier lang hier ist er gar nicht lange seelen sandweg er ist nicht schlimm irgendwie was ich muss essen und sagt der gas verfolgt uns glaube ich kann es sein ich bin schon oben erwarte ich sehe ihn cool hier sind wir runter gesprungen was auch ich mache das ich mache das ich schaffe das daneben leider ertagiert aber mich ich gerne ihn ran ich gerne ihn ran aber dann schießt das ist instant lieb was auf fast als ob ich schlag ihn mit meinem jetzt auf rauf was ist denn die gasträne wieder geil zwei jäger haben wir glück mit den gastränen lebt es kann schaden genug ja doch ist es von hier bekommen ne schafften wir heute gefahren ein ding da kurz her hier sind wir runter gesprungen hier steht da habe ich den kleinen weg noch geworden dann wo gut ist die fackeln sonst werden wir nie wieder raus gekommen ich habe jetzt kein essen mehr ich habe nur noch drei also wir sind jetzt auch fast da glaube ich müssen noch 1 2 mal hoch gehen also wieder und dann werden wir noch ein bisschen fahren gehen und nächste folge fahren wir noch auf jeden fall ein pferd holen na das schaffen wir nicht aber leon wir können schon mal dings machen braun können wir schon mal ja und pass auf die sind stark da gehen wir können weiter was willst du dich nicht bobby schlagen nicht bobby schlagen auf gar keinen fall ja ich würde sagen wir bauen uns gleich einen brauchstern oder keine magma cream ich habe eine auch ich habe auch eine nenne ist kommen ja hier lang dann darunter oh wir sind hoch kann man sein wenn ich habe von hier gekommen nein ich muss gleich was essen wir sind fast da wir sind fast da ok leute wenn ich dann sehen wir uns gleich wieder wieso denn wir dort sind nein kommen das schaffen wir jetzt noch da ist ja ich sehe schon die dinge wir wollen wieder nicht schreckt treten mit schwecken mit schweb volle wobei ich mache johle rennen wo alt haben weil ich hier ist der komische ist der komische lava stick kann man das nennen der geht es erst mal baden da lang ich habe gerade nicht gesehen ach komm das brauchen wir eigentlich gar nicht hatten oder nee da lange lang dauern ist ja unser portal das und aktion hat gewirkt wir werden dann so schnell sehr schnell erfahrene gehen wir werden ganz viele hühner verlieren töten gott ich will fast hier in die lava müssen hier noch mal runter leon wir müssen das überlebe ich nicht was kann man runter kann man runter ich habe ich hatte nur noch acht herzen und regenerieren nicht mehr oh scheiße da ist ein gas pass auf er sieht uns da sieht uns er sieht uns was auch wir sind dich oder sie nämlich sind uns beide ich sehe nichts ich glaube ich war den macht den weg kaputt das darf ich habe ich dich geschlagen sorry was ich will testen wenn der target hat kein stopp mich hier ist ein gastrainer einfach so ich war einfach ein gastrainer pass auf ich traue dich ja kann ich übergehen zurückgeboxt habe mike geh 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 zum portal fuck fuck mike ich verhunger gleich hier komm wir teilen uns ich hab nur noch zwei ich war mal gleich wir sind fast da wo waren wir noch mal scheiße hier von hier hat meine fackel auf oder falsche weg hier lang wo ach da stimmt ich bin mein portal gleich gut dann quarten wir uns eben noch brauchstanz flaschen einfach durch rennen einfach durch ok jolo der jahres kaputt gemacht ich renne einfach ich komme rein scheiße irgendwo sieht er mich aber ich bin durch gott sei dank ich bin durch angezeigt soll ja und rüstung tauscht das können wir sagen wir hatten flash essen danke gut dann gehen wir legen uns eben schlafen ja erstmal zurücklehnen oh gott soll ich später noch eine vierte folge aufnehmen ja nachher ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen hier warte gib mal eben dein dings ja hier sind die sachen die drops hier wetten schauen wie viele fehlen dann noch zweieinhalb steaks kabel stone hast du kabel stone leer den microsoft hat gibt es kein stein hast du kabel stone wie gesagt immer gefahrt gibt es kein stein aber weiß wie man das ändert wir haben hier wunderschöne höhle hier direkt am angang und hier ich habe genug ich habe genug ist mir egal ich war ein skelett einer das gelehrt könnte sich nicht mehr tüten oder oder witz wenn mich jetzt noch ein skelett hüttelt ihr habt hä du hast die ganze kohle mitgenommen ja und alles verbraucht gelöpfen ja leuchtbar so leon kann ich bitte mein kies haben ich baue uns dann so viele feine dass wir nicht mehr 0 kommen gibt gibt durch meine feine ausgesammelt habe ich das nie das ist keine mehr so ganz viele stickies sollte man braucht doch normalen stein für dings ne auch gott ich muss ja noch die dings abbauen muss ja noch kies farmen gehen ja er meint du weißt schon dass wir ohne dinge kein brau und ich brauen könne oder was nur nein ohne neta war zu da aber wir können schon mal bauen meint das jetzt liebe braunet aber können die doch den den erbrauch hast du den bekommen ja bei leon wir können doch schon mal anfangen den zu bauen und flaschen zu machen sobald wir endlich niederwarzen haben leute okay ich hab den dann sind wir kurz ich baue jetzt erstmal ich hab sechs baum wird mal sechs feine und ich würde sagen heute wenn es euch gefallen hat und es auch wirklich spannend war dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder gelassen like da und wir sehen uns in der nächsten folge wieder wo wir da ein bisschen essen farmen gehen ja ja auf jeden fall am liebsten ist eigentlich gar nicht gehen wollen aber muss sein und wird dann auch gleich neues projekt aufnehmen das wird wahrscheinlich schon dann online seien zu diesem zeitpunkt dann für die muss ein paar zwei kriper weiß was ich bin so hardcore drauf jetzt ich geben drauf dann werden wir die folge wo ist da da hat oh gott oh gott was machst du das ist geletzt lol park leon pass auf ich wollte es eigentlich drauf gehen ich dachte du hättest mich irgendwie geschubst oder so aber das war ja der leon wie ich bin vor wieder drin und kill ein paar von deinen dingen ich bin so gar ich kann ein paar hühner von dir tschüss du musst sterben so wird gut die ganze familie hier oh gott oh mein gott dieser multi kill mal jetzt lass meine hühnchen wir haben nicht unendlich nein nein lass es jetzt lass es jetzt so hier das kannst du haben das ist dein mittelgessen wollte wie sagt drei leute lasst ein abo da wenn ihr mehr von mir sehen wollt ja kriegst du eins hau drei leute und tschüss